Musik Hey, du hast Spaß am Singen und willst mit anderen zusammen Musik machen? Dann suchen wir genau dich! Wir wollen dich als neuen Münchner Chorbuben beim ältesten Knabenkomm Münchens willkommen heißen. Bei uns kann jeder singen, der Spaß dabei hat. Wenn du zu uns kommst, singen wir nicht nur verschiedenste Lieder, sondern nehmen dich und deine Freunde mit und bereisen zusammen Europa und den Rest der Welt. Wir waren zum Beispiel schon in China, USA, Kanada und Australien. Wir spielen aber auch Fußball, gehen schwimmen oder in den Freizeitpark, spielen Tischtennis oder Kicker. Aber das macht mit dir natürlich mehr Spaß. Wenn dich das überzeugt, hol jetzt deine Eltern und zeige ihnen dieses Video. Unten in der Infobox findest du noch Infos zu unseren weiteren Angeboten, wie Instrumental- oder Einzelgesangsunterricht. Wir freuen uns auf dich. Tschüss! Tschüss! Bis zum nächsten Mal.